hallo herzlich willkommen zu monstermami dem videoblog der gruschelkinderzeitung und der vrm ich bin monstermami nicole und ich melde mich heute mal aus dem büro zumindest aus dem zimmer das inzwischen zu meinem arbeitsplatz geworden ist denn wie so viele andere auch bin ich seit inzwischen sechs wochen im home office ja täglich im spagat zwischen kinder und küche und computer und waschküche und was es einfach noch so alles zu tun gibt ich habe mir deshalb überlegt dass ich heute mal nichts basteln dass ich nicht backe oder eine sonstige anleitung hier präsentiere sondern dass ich einfach mal all den frauen auf die schulter klopfe die die das alles täglich meistern schon seit vielen wochen denn mal ehrlich was wir berufstätigen mütter leisten das muss einfach mal honoriert werden wir müssen uns nämlich jeden morgen nicht nur immer selbst motivieren sondern ja oft auch noch unsere kinder die großen müssen hausaufgaben machen und die kleineren wollen bei laune gehalten werden da ist es nicht schlecht wenn sie gerne hörspiel hören oder puzzeln und sich gut selbst beschäftigen können aber ehrlich gesagt das alles kostet schon ganz schön viel kraft ich wollte dieses video zum beispiel auch vor einiger zeit schon drehen heute im laufe des tages dann kann ein großer streit dazwischen es gab tränen es musste getröstet werden es wurde ein wutmonster gemalt und dann war es auch wieder gut aber das kostet alles zeit und das ist dann eben einfach so aber nichts desto trotz ist es nicht einfach sich jeden tag aufs neue zu motivieren und gute arbeit zu leisten manchmal helfen da einfach kleinigkeiten ich habe mir zum beispiel am schreibtisch eine kleine ecke eingerichtet mit basteleien der kinder ich habe mir ein ganz klassisches ein ganz klassischen spruch auch auf den schreibtisch gestellt schaffst das tschakka es gilt einfach immer wieder sich von neuem selbst zu motivieren und zu wissen das klappt am ende immer irgendwie was auch hilft ist ein anruf bei der besten freundin denn mal ganz ehrlich am ende sitzen wir doch alle im selben boot in diesem sinne lasst den computer morgen aus genießt den feiertag bleibt zu hause bleibt gesund macht's gut tschüss